Hallo Leute, Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute mal ein sehr schönes Video, denn ihr seht oben rechts, ich habe 2500 Reichsmark, ich meine natürlich Golden Eagles, ja, und ich habe den Panzer 3M und den nächsten Zweier, also ich habe jetzt als Zweier fast, außer jetzt den Panzer 4F1 und Stu, das heißt, ich kann mir den Ziger kaufen und ich will jetzt diese Sache beschleunigen und ich würde dieses Erlebnis gerne mal einfach mal mit euch teilen und gehen auf Beschleunigen, ja, da kaufen wir ruhig etwas, ich glaube, das wird es schon, Kaufen, ja, kaufen, ja, nochmal 50.000, ich habe das Geld, ja, Leute, da ist ja der Tiger, ein wunderschöner Panzer und wenn wir schon dabei sind, hole ich mir auch vielleicht schon den Panzer 4G, vielleicht kann ich mir den so gekaufen, noch dazu, Einfach rein, ja, ja, wird es schon klappen, Ja, ja, ich nehme kurz, Ah, Eines schönen, ein schöner Tag heute, Bestellen, ja, Ach, ich würde sagen, Die Stuka kann weg, Gucken wir mal, Leute, Zwei neue Panzer, Der geile Panzer 4G und der richtig geile Tiger 1 Und, ich weiß nicht, Ich glaube, ich habe noch 3 Euro auf dem Konto und laden wir schon auf für den Flaggepanzer 8,8, bis gleich. So, Leute, ich habe nochmal 3 Euro reingepayt, ähm, Wer oben rechts erkennen kann, ich hatte noch 3 Euro und wenn, Jetzt, das Schicksal mich mag, Kann ich die 8,8, selbst Fahlefette Haben? Ja, bitte, ich will es haben, Ja, ich brauche es, Fuhn, Fuhn, da, Diablet, Wir nehmen die, Leute, wir haben dies, Einfach 3 neue Panzer, Weg mit dem Marder, der war sowieso kacke, Wenn man eigentlich ehrlich ist, Ich könnte mehr als auch den dicken Max holen, Aber, Leute, Das machen wir vielleicht in einem anderen Video, Ich musste wieder Geld grinden, Damit ich überhaupt wieder Upgrades holen kann, Und, Leute, Heute mal ein bisschen, Ein Video, wo man reingepayt hat, Live mit euch, Habt auch einen schönen Tag, Also, ich werde gleich mir Den ganzen Abend lang Diese Panzer gönnen und genießen, Habt auch einen schönen Tag, Und, ciao!